Nein, Black ist zu 10. Oh, zu 10? Glaube. Oder zu 15, ist egal. Oh, Harry Kane ist big, Alter. Da ist die Box auf jeden Fall wieder safe. Easy. Und Harry Kane zu 10. Boah, da kann man mal ganz stabil damit umgehen. Harry Kane zu 10 ist sehr sexy. Und wir haben Autograph, Virgil van Dijk zu 150. Den können wir mitnehmen. Also der geht auf jeden Fall safe klar. Ich sag Tom Gehalske... Wir haben Hidden Gems Gavi, let's go! Digga! Nice! Big! Ist ja megwürdig mittlerweile. Ja, Hidden Gems würde ich sagen, ist safe megwürdig. Perfekt. Eine Karte ist schon mal abgestürzt. Haben wir Jürgen Kohler. Schweini. Zu 10! Zu 10! Geil! Lothar Matthäus Beckenbau zu 10! Leider hier nen üble Print oder was auch immer da drin ist. Ne Printline. Bieter ne Duel oder? Ah ne, warte mal, das war die falsche. Zu 10! Duel Autograph Matthias Sommer Max Hummels zu 10! Ich fass es nicht! Wie geil! Das ist geil, Mann! Sobald du durch bist. Okay, easy. Und wieder ein Autograph. Es ist der Digga Ronaldo! Yes! Refractive! Digga Ronaldo! Zu 20 nummeriert! Jawoll! Wunder, wunder, wunderbar! Klose und Jens Starke. Stage. Jens Stage oder Jens Starke? Wie wird denn ausgesprochen? Andi Herz, okay? So, jetzt kommt es aber darauf an. Schauen wir mal. Gute Nummerierung. Defensive Box bisher. Okay, zu 15. Lass Schamal sein, bitte! Jawoll! Schamal Musiala zu 15. Hat die Box gerettet. Entdecker. Kodomoani. Anderson. In Matcher. Oedegaard. Also, es ist Haaland. Haben wir hier das Autograph schon? Haaland zu 10! Erling Haaland zu 10, Leute! Manchester City! Und das ist für Marcel! Boah, wenn es Autograph gewesen wäre, hätte ich einen Besen gefressen. Der Mac ist da. Die Karte kommt ein Mac. Zu 100 Prozent. Sebastian Kehl. Und ihr wisst es, was es ist, wenn ich es so mache. Dual Autograph. Jude Bellingham. Matthias Sommer. Und zu 25 nummeriert. Holy Macroly. Das ist mal ein geiler Abschluss. Das ist Autogramm. Ich glaube, das ist schon gespoilert, Alter. Hast du das Autogramm? Ja. Und das stimmt, das ist überhaupt nicht mit der Anfrage. Das ist so 0,0, was er gesagt hat. Aber Freunde, wir haben zu 25 Lona Matthäus! Geil. Biggest Ding! Let's go! Und den wollte er ja auch noch. Einen Schweine oder Lona schreibt er. Jaaaa! Flo schreibt, naja, also Chris, ob du schön als Frank und das will ich jetzt nicht unterschreiben. Geil. 25 Autograph. Legende. Legende. Uli Herne. Uli Herne. 25 Autograph. Der fucking Big Yo Man. 20 Autograph. cym Esoia. Existionum. Beber du so难. preceden Sie mal. cuộc heart. 공 o